Was haben wir hier? Absoluter Hit. Oh, Digger. Ich kann dir das nicht mit Ton zeigen. Es ist zu cringe. Es ist zu cringe, Bro. Ich glaube nicht. Boah, Digger. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Wer ist er, Bro? Holy shit. Er ist doch übercool. Hey, back in the days, Jep. Back in the days. Damals im Hintergrund ein Bild aufgehangen. Alright. Heute pengen die mich, Alter. Holy shit. Start it from the bottom. Start it from the bottom. Du hattest eine Zahl, Einblendung 1 zu 1 mit Cake TV. Ja, ich war großer Tuddle-Fan. Tuddle-Fan. Ja, ja. Oh, Bro. Ich kann mir das nicht reinziehen. What the fuck? Oh mein Gott. Lass uns das jetzt angucken. Wir müssen. Oh mein Gott. Nein. Mitbohren. Oh. Oh, for real, Schick. Ich schaff das nicht. Ohne das Video wärst du nicht der, der du heute bist. Und du wärst nicht da. Nein, 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 nein. Ich schaff das nicht. Wir gucken die erste Minute. Wir gucken die erste Minute. Wir gucken die erste Same-Shirt. Oh mein Gott. Du hast damals vor vier Minuten gedacht, diese vier Minuten sind insane. Nee, nee. Ich fand es damals schon cringe. Oh Gott. Oh, nee, 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 nee. Ich kann es nicht. Ich schaff es nicht. Nein, nein, nein. Wir können es nicht gucken. Nein, 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 nein. Ich krieg das nicht im Raw. Ich krieg das nicht verarmelt, Bro. Das ist zu viel, Dinger. Das sind unfassbare Schmerzen. Ich kenn das nicht. Dinger, das Ding ist, wenn ich das jetzt angucke, weißt du, dann muss ich mir wieder von irgendwie die Isa anhören, die guckt das dann auch und dann landet es wieder bei Santa Hugo und das ist wieder mega unangenehm für alle.